Ich bin Konstantin Plewer, ich spiele in geschlossener Gesellschaft Joseph Gassin. Wir rennen hintereinander her wie Karussellpferde, die sich dennoch nie reinholen. Sie können davon ausgehen, dass hier alles vorhergesehen wurde. Er versucht die ganze Zeit einen auf Macho zu machen, seine Gefühle zu überspielen, aber in Wirklichkeit ist er einfach nur ein von Angst getriebener Mann und ist, finde ich, auch die Verkörperung des männlichen Egos, weil er halt nicht zu seinen Gefühlen steht, zu seiner Angst steht und immer versucht, Herr der Lage zu sein, obwohl er es einfach nicht ist. Von einem solchen Heldentum habe ich nie geträumt. Ich habe es gewählt. Man ist, was man will. Also die Hölle für Gassin ist, dass er die Frauen nicht wirklich unterdrücken kann in der Hölle, die mit ihm dort eingesperrt sind und sie sehr, sehr schnell seine Schwachstellen herausfinden und seine Gefühle sehr schnell verletzen können und das immer und immer wieder tun. Hatte ich dir nicht gesagt, wie verletzlich du bist? Oh, wie du jetzt wüßen wirst. Du bist ein Feigling, Gassin, ein Feigling. Weil ich es so will, hörst du? Ich will es so.